Jetzt suchen wir die Gegend nach Ante, aber vorsichtig, ausröcken. Wir spielen den Last of Us und es geht wieder einmal los. Beringens, weiter haben wir Verstärkung von einem guten Freund von mir, dem lieben Korpi. Er kann uns leider jetzt nicht hören, da er kein... nicht mit TS3 spielt. Aber das macht jetzt auch nicht zur Folge, einfach mal unauffällig und dann werden wir schon sehen, wie es hier weitergeht. Oh, der Karpel ist schon nicht. Hey, der drüben, ein Uniformierter! Abgehackt! So, einen haben wir. Oh man, da waren wir leider zu langs. Aber das kann schon passieren hier. Immer schön die Ruhe bewahren. Diese Höhe, meine Lieblings-Map. So, na die sollen jetzt hier kommen. Kein erwischt! Au! Da hat mich jetzt wer böse erwischt. Ja, Korpi, genau. Kriecht zu mir. Oh man. Wir werden hier sterben. Sutz. Zeichnet man das Zettel hier. Hey, eigentlich nicht, da drüben! Ja, also so richtig Sachen kriegen tut man hier aber nicht. Ich brauche Deckung. Fertig. Ausdrücken. Okay, das ist sogar eine gute Bombe hier. Greifen wir an. Sehr schön. Ich wurde markiert. Kannte einer drüben! Der soll das Haus kommen. Der kommt oben. Tja, ging meine Rache hier auf. Einer erledigt! Wieder ein versprengter Wediger! Sehr schön. Das war eine wirklich gut gezielte Schuss, ja? Oh man. Das war zwar ein Headshotter, weil leider... ...einer zu wenig. So, schauen wir, wie es in unseren Korpi hier geht. Okay, den geht sie auch gut. Richtig schön. Nur eine Minute. Fertig. Ausrücken. Hey, der drüben! Ein Uniformierter! Getroffen! Vorsicht! Getroffen! Bist verletzt! Gut aufpassen! Lass dich! Hunter! Hunter! Deine! Au! Wieder ein versprengter Wediger! So, Corby! Hol mich! Wieder ein Hunter Wediger! Da kann man nichts mehr machen. Ich hoffe, er regt mich zumindest. Ja, sieben Schuss sind nun mal ein bisschen wenig, ne? Okay, ich geh hier wohl noch hinten. Fällt mir zwar hier gar nicht, dass ich hier alleine unterwegs bin. Aber man kann nicht alles haben. Die Frage ist jetzt, wo sie sind. So, Vorsicht! Versprengter da drüben! Einer erledigt! Klasse! Sehr schön. Den Schuss hier also nur sparen kann. Okay, fertig! Ah Mann, ich verdrück mich hier dauernd. Ich geh hier mal rein. Ach, weiter ein bisschen Ruhe. Okay. Hei! Hey! Wie ist denn hier? Hau. Okay, sie könnten mich jetzt gut holen. Oh, Mann. Das war jetzt ein Reifen. Tja, so kann's auch gehen. Das hat böse ausgesehen. Moment! Fertig, ausrücken! So ein bisschen basteln gehört dazu. Bombe ist scharf, Achtung! Okay, fertig! Bombe ist scharf, Achtung! Das war's! Wie dein Hunter weniger! Der soll dir ruhig kommen. Das war's! Haha, steht da hier über mir! Das war's! Okay, sehr schön! Bombe ist scharf! Achtung! So, nachgeladen haben wir. Sehr schön. Ah, hier sind schon wieder weg. Versprengt das! Oh nein! Guter Wurf! Guter Wurf, muss man schon sagen. Neue Rüstung muss her. Bumbe ist scharf! Achtung! Bumbe ist scharf! Ja, das war mal gar nichts hier. So muss ich das echt noch lernen, ja. Bumbe ist scharf! Sehr schön, wir sehen das. Für die anderen aber auch. Und der letzte Gegner geflohen, jawoll! Bumbe ist scharf! Versprengt er! Drei Schuss! Oh Mann! Ich bin getroffen! Ich helf dir! Er holt mich wirklich! Ja, auf den ist ein Verlass. Du bist okay! So, Marlodov kommt. Okay, fertig! Getroffen! Tja... Eine erledigt! Haben wir uns jetzt gegenseitig eliminiert, ey. Fuck. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, somit war die nächste Runde schon wieder fertig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung bei Denkst. 2 1 2 1 2